Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem ganz besonderen Video, denn es ist Kaffeeklatsch mit Foodlove, beziehungsweise mir, Dari ist mein Name, so dürft ihr mich gerne auch nennen. Wir schauen uns die Koppenrad und Wiese bunte Sahneplatte auslese an. Zehn Stück Kuchen-Torten, Sahnetorten und ähnliches, da ist tatsächlich überall Sahne drin. Und ich möchte sie für euch probieren, sie euch vorstellen und am Ende ein Fazit ziehen, ob es sich lohnt, das hier zu kaufen für euren heimischen Kaffeeklatsch, für Oma, Opa, die vorbeikommen, für euch selbst, weil ihr gerne Sahnetorten esst oder einfach, weil es so unfassbar ansprechend aussieht in der Tiefgetruhe. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich es gekauft habe. Regulär kostet die, ich meine, 9 Euro, eventuell 8, jedenfalls keine 10, 8 oder 9 Euro und im Angebot habe ich sie jetzt gekauft für, ich meine, 5. Sprich, dann zahlt man gerade mal 50 Cent pro Stück Torte. Es sind nämlich 10 Stück drin, 10 verschiedene, wobei sich zwei recht ähnlich sind, nämlich die beiden Sahnerollen. Es gibt übrigens auch weitere Videos von Koppenrad und Wiese Produkten auf meinem Kanal, schaut da gerne mal rein. Wir schauen uns jetzt diese 10 Produkte einmal ganz genau an und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie schmecken. Ein bisschen auf Qualität und Zutaten möchte ich auch zu sprechen kommen, aber ich verweise euch da an meine anderen Videos, da bin ich immer sehr ausführlich drauf eingegangen. Ich möchte jetzt hier nicht bei 10 Stück Torte über jeweils die einzelnen Zutaten und so weiter sprechen, aber so einen kurzen Exkurs in die Richtung machen wir natürlich auch. Hauptsächlich soll es aber hier um die Optik gehen, die man bekommt und um den Geschmack. Also viel Spaß wünsche ich euch dabei. Das ist also das gute Stück, wie ihr es bekommt. Hier haben wir die verschiedenen Variationen drin, sage ich euch gleich genau, was das ist. Ich habe es übrigens schon antauen lassen. So ist es hier drin, naja, eingepackt. Das ist ganz klug gelöst, sodass die Sachen nicht aneinanderstoßen, wenn es sich bewegt. Also eigentlich wirklich ziemlich clever. Ist jetzt schon zwei Stunden angetaut, soll man machen lassen ohne die Abdeckung. Ich habe es jetzt mal mit Abdeckung gemacht, weil wer weiß, wie lange ich hier wieder labere in dem Video. Also zehn verschiedene Stück, erwähne ich euch gleich, wenn ich sie probiere, ausführlich. Und ihr seht, die Variation ist auf jeden Fall da. Man hat viele verschiedene Sachen. Sie sehen auch so schon mal, auch in diesem Plastikding hier, gar nicht mal so schlecht aus. Von daher, schauen wir mal. Ich bin jetzt mal hin da draußen gegangen, weil hier ein bisschen besseres Licht ist. Und da kann man sich diesen Tortentraum besser, oder diese Sahneplatte, das sind ja nicht alles Torten und auch keine Kuchen, wie ich vorhin gesagt habe, besser anschauen kann. Ja, kleiner Tipp, wenn ihr sie nicht alle esst, also lasst nicht die ganze Platte auftauen. Ich meine, ich werde jetzt sowieso alles probieren. Aber sie aufgetaut von der Platte runter zu bekommen, aus diesen Einbuchtungen, ist schwierig. Deswegen holt sie gefroren aus dieser Platte, die hier drin war, dieses Plastikdingen raus. Weil weich ist es ein bisschen schwierig, diese Tortenstücke da rauszubekommen. Ich habe es hinbekommen, aber ist ein bisschen fummelig. Wir fangen an mit einem wahren Klassiker, der Zitronen-Sahnerolle. Übrigens, kleiner Disclaimer vorneweg. Ich werde jetzt natürlich nicht zehn Stück Torte auf einmal essen oder zehn Stück Kuchen, sondern werde von jeder was probieren. Den Rest esse ich teilweise jetzt, teilweise friere ich wieder was ein. Sollte man natürlich nicht machen, nur logischerweise kann ich jetzt auch keine zehn Stück Kuchen essen. Und weggeschmissen wird hier auch nichts. Nur so als Info. Empfehle ich nicht, wieder einzufrieren. Kann man sicherlich machen. Ist halt nur die Qualität nicht mehr so gut wie am Anfang. Nur, dass jetzt hier keine Fragen aufkommen, was macht er jetzt mit den ganzen Torten-Sahne-Platten-Stücken. Ich teile sie mir auf, fräse mir teilweise wieder ein. Also, Zitronen-Sahnerolle. Ein Klassiker. Gibt es auch ein eigenes Testvideo auf meinem YouTube-Kanal zu. Ich mag es immer wieder gerne. Biskuit und dann eben Zitrone. Hier mit der Sahnefüllung. Sehr, sehr fein. Was man oft bei Kopenhagen und Wiese hat, ist Gelatine. Also, da sollten Vegetarier auf jeden Fall aufpassen, was sie kaufen. Das wird oft zum Binden von solchen Cremes auch benutzt. Ob es jetzt in dem Fall ist, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ich meine ja, nur schon mal als Info. Sahnig. Der Teig richtig schön locker. Leichte Zitronennote. Angenehme Süße. Ich liebe die Zitronenrolle von Kopenhagen und Wiese. Ich finde sie richtig gut. Vor allem der Biskuit, der ist einfach perfekt. Der ist locker, fluffig, hat einen richtig schönen Geschmack. Passt sehr gut für mich. Das hier ist das Mandarinentörtchen unten. Das wird vermutlich so eine Art Möbelgebäck sein. Darauf Sahne, Creme und obendrauf Mandarinen. Schön dekoriert. Ja, das besteht auch hauptsächlich eben aus Sahne. Dann eben der Boden und oben die Mandarine. Leicht säuerlich durch die Mandarine. Der Boden hat einen sehr butterigen Geschmack, da wirklich Butter drin ist. Sehr lecker. Sahne, 35 Prozent Sahne, 22 Prozent Mandarinen. Margarine ist drin, aber hat einen sehr leckeren Geschmack, der Boden. Möbel und auch das Ganze nicht zu süß. Die Sahne kommt einem auch nicht merkwürdig abgebunden vor, obwohl sie mit Sicherheit mit Gelatine oder so stabilisiert ist. Ja, ist drin, aber lecker. Gefällt mir ebenfalls sehr gut. Als nächstes ein wahrer Klassiker. Ihr habt mir schon öfter gesagt, ich soll es probieren. Die Marzipantorte. Schön dekoriert hier mit Schokolade. Dann hier oben auch mit Sahnetupfern drauf. Das sind die vermutlich ein bisschen Nüsse. Oder sowas in der Art. Dann hier die verschiedenen Schichten. Hier mit Schokolade noch drin. Unten ein anderer Boden als dazwischen. Unten Möbel dazwischen, vielleicht so eine Art Kuchenboden. Dann hier nochmal Schokostückchen drin. Sieht ebenfalls richtig fein aus. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen was von der Sahne klauen. Nehme das mit hier vorne mit. Also ist auch locker. Mahlzeit. Scheiße. Ich habe den Kaffee vergessen. Dabei habe ich Wasser schon gekocht. In dem Marzipan oben. Ich glaube, da ist sogar so ein bisschen Zuckerknack drin. Und diese Schokostückchen da innen drin, da unten, die knacken richtig schön. Recht süß. Auch sehr sahnig. Der Kontrast zwischen den Böden. Weil der unten ist fester als die dazwischen. Die sind lockerer. Sehr lecker. Und oben Marzipan. Zuckerig. Ob da echtes Marzipan drin ist, das glaube ich jetzt persönlich erstmal nicht. Doch tatsächlich. Marzipan aus Mandeln. Zucker in Wertzuckersirup. Ja. Gefällt mir. Doch wirklich. Sehr, sehr lecker. Mein erstes Mal Marzipan-Torte. Hat sich gelohnt. Hier haben wir jetzt die Erdbeer-Sahnerolle. Auch wieder schön lockerer Biskuit-Teig. Einfach auch hübsch gemacht hier. Dann dazwischen die Sahne. Oben so ein bisschen Deko drauf. Das ist bestimmt irgendwie so bedruckt. Jetzt frage ich mich, wie Sie das machen. Liebes Kommerat und Wiese-Team. Wie macht man das hier? Ich würde gerne eine Besichtigung in eurer Kuchenfabrik machen. Bitte leitet mich ein. Grüße Darius. Ah, ihr seht auch richtig schön, wie fluffig hier der Teig ist. Sehr lecker. Biskuit wie bei der Zitrone. Hier erdbeerig. Und weder Zitrone noch Erdbeere finde ich jetzt zu stark, dass es irgendwie zu fruchtig ist oder so. Weil das mag ich persönlich nicht. Dieses Fruchtpüree, dieses Rote, ist intensiver als die Creme. Ich möchte direkt vorneweg sagen, bisher hat mir alles geschmeckt. Ich kriege hier kein Geld von Kopenhagen und Wiese. Ich habe das auch alles selber bezahlt. Aber es schmeckt wirklich einfach lecker. Auch für so TK-Produkte. Das kommt natürlich nicht an gute Sachen frisch vom Bäcker ran. Aber für gefroren, ey, nichts zu meckern. Ganz ehrlich. Das hier ist der Erdbeerjoghurt Blechkuchen. Joghurt hätte ich nicht gedacht. 30% Erdbeeren tatsächlich. Also wirklich viele Erdbeeren. Das ist ein Qualitätsmerkmal. 19% Sahne. Joghurt 6%. Also das ist wirklich anhand der Zutaten ordentlich. Ich sage mal, Kopenhagen und Wiese arbeitet auch mit Aromen. Aber die 30% Erdbeeren, die sind auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Dann eben auch hier so mit, normalerweise ist das, glaube ich, Gelatine. Das kommt mir so ein bisschen anders vor. Vielleicht ist das hier eher mit Stärke abgebunden. Auch hier verschiedene Schichten mit der Joghurtcreme und den Erdbeeren. Ja, ist ein bisschen schwieriger, auf die Gabel zu bekommen. Irgendwie habe ich es draufbekommen. Erdbeere noch ein ganz bisschen gefroren. Ist viel Wasser drin. Braucht länger zum Auftauen als lockere Sahne. Lecker. Richtig schöner Erdbeergeschmack. Das ging auf die Hose. Finde ich auch nicht künstlich. Angenehme Süße. Richtig fruchtig. Sehr lecker mit den Erdbeeren. Joghurt. Ich versuche es mal nur was von dieser Creme hier. Joghurt schmeckt man jetzt nicht so wirklich, finde ich. Aber trotzdem super, super lecker. Schön erfrischend ist so eine Sommertorte irgendwie auch empfehlenswert. Ganz ehrlich. Das hier optisch, eventuell sogar das Highlight, die Stracciatella Kirschtorte. Verschiedene Schichten, Mürbeteig, Sahne dazwischen mit Schokostückchen, dann so Schokoböden, die richtig schön angerichtet. Oben drauf vermutlich so ein Kirschtopping. Dann hier nochmal so kleine Schokodekorstückchen. Wow, also da gibt es absolut nichts zu meckern. Auch hier richtig, richtig dick oben die Schicht hier mit der Kirsche. Unten auch wieder so ein fester Mürbeteig. Mürboden, dazwischen halt lockerer wieder, so Kuchenboden. Klaus, wie nennt man das? Mürboden, Mürbeteig ist der ganz unten. Dazwischen nennt man es einfach Kuchenboden. Wie nennt man diesen lockereren Boden? Also nicht den Mürbeteig, sondern das, was dazwischen ist. Wie nennt man diese Art Bodenkuchen oder wie auch immer Schicht? Sehr lecker. Kirschnote, sahnig, schokoladig mit diesen Schokostückchen. Und unten der Boden, das kennt man so oft von Benjamin Blümchentorte. Das ist ebenfalls lecker. Für mich auch wirklich gut. Hier haben wir das Schokotörtchen. Da habe ich gerade aus Versehen mit dem Finger reingedötscht. Sahne, oben so eine Schokomoussehaube. Genau genommen heißt das Ding in Schokoladentörtchen. Einfach 40% Sahne. Yeah. Schön, dass man hier auch so zwei Schichten drin hat. Ein bisschen dekoriert mit Kakaopulver. Und dann oben dieses, also es ist auch detailverliebt gemacht. Ist einfach optisch sehr, sehr schön. Unten der Boden wieder ein bisschen fester. Oh, da drin ist auch noch so ein Schokokern. Boah, Alter, was ist das denn? Das Ding ist pervers. Diese Schokomousse oben. Wow. Intensive Kakaonote, sahnig, vollmundig. Und auch der Boden. Ich mag den Boden von diesen Törtchen. Sehr vollmundig das Ganze. Oben dieses Schokodingen. Hätten Sie lieber ein bisschen, das ist so eine weiche Schokolade. Hätten Sie lieber richtige Schokolade nehmen sollen, anstatt so eine, ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist so eine Dekormasse oben her drauf. Die finde ich jetzt nicht ganz so spannend. Drinnen der Schokokern. Bisher mal ein Highlight daraus, glaube ich. Wobei, vielleicht auch die Marzipantorte oder die Erdbeerschnitte oder die Runden. Ah, richtig gut. Habe ich mich mit am meisten drauf gefreut. Und die Bienenstichtorte, hier dann auch diese, so eine Art Biskuitböden, aber nicht so locker wie bei den, oder ich nenne das jetzt einfach diesen Kuchenboden, obendrauf Mandeln mit Zucker. Ich weiß nicht, ob Honig auch reingemacht ist bei so einem Bienenstich. Ich weiß es gar nicht, dazwischen so eine Sahneschicht. Idealerweise ist das oben natürlich knackig. Bei einem TK-Produkt ist das sicherlich schwierig. Hier ist es nicht knackig, es ist weich. Ihr seht, das gibt so ein bisschen gummiartig nach. Rührteig, natürlich. Ein Rührteig ist es einfach. Rührteig, Bienenstichboden, 54% mit Volleis. Die erste Zutat, Zucker, Weizmehl, Mandeln, 15%. Und obendrauf kommen dann ja auch nochmal Mandeln drauf. Die Sahnefüllung, 46% Sahnefüllung. Auch Gelatine drin, wie gesagt, das habt ihr hier immer bei Kommerat und Wiesel, werdet ihr nicht drum rum kommen. Lecker. Aber im Vergleich zu den anderen ist das jetzt hier für mich persönlich nicht ganz so besonders, weil es halt einfach nur Sahne und Boden ist. Da fand ich die anderen so ein bisschen komplexer. Aber schmecken tut es trotzdem. Das hier könnte auch ein Highlight sein. Die Erdbeer-Bourbon-Vanilletorte. Schaut mal bitte. Vor allem, die haben sogar verschiedene Schoko-Deko genommen. Schoko rundes und schoko eckiges. Weiße Schokolade. Dann hier verschiedene Schichten. Hier vielleicht so ein bisschen vermahlene Vanille drin. Dann haben wir hier einen Rührteigboden. Erdbeeren. Noch so eine Erdbeer-Sahne-Creme. Oh, die ist hier noch ein ganz bisschen gefroren, aber es wird noch gehen. Dann so ein Überzug drüber. Unten wieder der Mürbeboden. Ah, sorry. Jetzt hätte ich fast vergessen, euch den Gabel, ich nenne es jetzt mal Anschnitt, zu präsentieren. Oh ja. Oh ja. Richtig schöne Erdbeer-Note. Es sind richtig Erdbeer-Stücke noch in dieser... Ich zeige es euch sofort. Shit. Ganze Kuchen auf dem Tisch verteilt. Riecht noch so ein Stück... Wow. Das Ding ist ja geil. Das schmeckt... An irgendwas erinnert mich das. Das ist eine geile Kombination. Diese Erdbeere... Mit diesem Vanilligen. Da sieht man auch die Stücke. Richtig fantastisch. Äußert... Oh, war... Ne. Das allerbeste bisher. Fantastischer Geschmack. Großartig. Als letztes der sogenannte Donauwellen-Blechkuchen. Mit einer sehr dichten Creme oben, so wie das aussieht. Kirschen. Rührteig. Und oben so eine Art Schoko-Fettschicht-Überzug. Auf diese Creme bin ich sehr gespannt. Die sieht nämlich sehr reichhaltig aus. Es wird nicht einfach nur so eine lockere Sahne-Creme sein, sondern hier steht... Wollen wir mal stehen? Wie steht das hier genau? Schoko-Creme da so oben. Aber nur gut, es ist Sahne. Aber irgendwie sieht das so ein bisschen abgebunden aus. Ähm, ja. Ja, doch. Das ist auch schon ein bisschen... Obwohl... Vielleicht hat das nur den Eindruck gemacht. Aber so ein bisschen stabiler kommt mir diese Sahne-Schicht vor. Hier mit die Kirschen drin. Schoko-Boden auch. Prost. Sehr fein. Richtig... Also ganze Kirschen drin. Nicht nur irgendwie so kleine Fetzen. Die sind recht... Die sind säuerlich. Fruchtig. Was oben drauf... Das ist so eine Fettgasul-Schoko. Die finde ich jetzt, ehrlich gesagt, so ein bisschen schmierig. Einfach nur, das gefällt mir nicht. Schöne Kombination. Kirsche, Sahne, Schoko. Für mich kein Highlight aus der Box. Aber gibt es auch an sich absolut nichts dran zu meckern. Ich bin halt an sich nicht so der größte Sauerkirschen-Fan. Aber das passt. So, was ist jetzt das Fazit des Ganzen? Nun ja, ähm, sie haben mir alle gut geschmeckt. Es gibt Stücke, die haben mir besser geschmeckt. Andere, die haben mir weniger gut geschmeckt. Aber keins war dabei, wo ich dachte, das schmeckt mir nicht. Sie waren alle gut. Manche waren überragend. Manche waren gut. Ähm, ist natürlich am Ende alles Geschmackssache. Ihr werdet andere Favoriten haben. Was auf jeden Fall aufgefallen ist, alles sehr detailverliebt, optisch sehr schön zubereitet. Es ist natürlich kein Handwerkskonditor hier, lokal aus der Stadt, sondern es ist Fabrikware. Es ist Massenware, was man auch irgendwo am Preis sieht. Man zahlt im Angebot für ein Stück 50 Cent. Ich meine, das ist nichts. Beim Konditor zahlt man 3, 4, 5 Euro. 5 vielleicht nicht, aber 3, 4 Euro für ein Stück. Sprich so viel, wie man hier für alles bezahlt fast. Trotzdem finde ich, dass für verhältnismäßig günstige Preise, regulär kostet es ja auch 10 Euro knapp, dann kostet es ein Stück knapp 1 Euro, dass man hier sehr schöne Sachen bekommt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das hier irgendwelche Billigware ist oder ähnliches. Man hat sehr detailverliebt die Sachen zubereitet. Hier Schoko-Sprinkles hier und dann nochmal eine Dekospur hier und dann hier so ein bisschen Erdbeercreme durchgezogen. Optisch alles sehr, sehr ansprechend, qualitativ. Und da muss man halt einfach realistisch bleiben. Und da muss auch jeder einfach jetzt, ich sag mal, seinen Anspruch entsprechend an das Produkt anpassen. Kein Mensch kann erwarten, dass ein Produkt, welches jahrelang oder ein, zwei Jahre, ich weiß nicht, wie lange sowas im Tiefkühltruhr haltbar ist, dass ein Produkt, was eben jahrelang in der Tiefkühltruhr haltbar ist, dass da nicht irgendwelche Stabilisatoren oder Zusatzmittel drin sind. Das funktioniert nicht. Der Konditor um die Ecke, klar, der braucht vielleicht kein Guacan-Mehl oder hier oder da oder Stabilisator, eh, schlag mich tot oder sowas. Das ist da wahrscheinlich nicht drin, wobei sicherlich die wenigsten Konditoren ohne irgendwelche Zusatzstoffe arbeiten. Aber ein Produkt, was jahrelang eben haltbar ist und eine gleichbleibende Qualität über die Zeit haben soll, da gehören Zusatzstoffe rein oder die müssen einfach drin sein, damit die Qualität gewährleistet wird. Weswegen ich sage, es ist kein Kritikpunkt. Denn wenn ich so ein Produkt kaufe, dann muss ich mir im Klaren darüber sein, dass ich ein Tiefkühlfabrikwarenprodukt kaufe, welches bei mir zu Hause aufgetaut immer gleich sein soll. Und das funktioniert eben nur mit Hilfsstoffen. Außer eben, man kauft es frisch vom Konditor. Das habe ich ja gerade gesagt. Von daher ist das für mich einfach absolut gut. Es ist immer viel Sahne drin, der wird nicht dran gespart. Es ist viel Frucht dabei. Die Zutaten machen für mich auch einen vernünftigen Eindruck. Von daher kann ich ausnahmslos, also was heißt ohne Einschränkung, wollte ich eigentlich sagen, diese Tortenplatte hier empfehlen. Es gibt es absolut nichts dran zu meckern. Ihr dürft mir gerne schreiben, was eure Favoriten aus dieser Box sind oder allgemein von Kopenrad. Und wie seht ihr das mit der Qualität? Ist das für euch akzeptabel, dass da eben Zusatzstoffe drin sind oder eher nicht? Gerade Gelatine ist natürlich schwierig an der Stelle. In vielerlei Beziehungen ist die Industrie vielleicht auch weiter, dass man Gelatine zum Beispiel ersetzen kann. Aber ich denke, dass es eben nicht, also dass es wenig Produkte gibt, die wirklich, wenn überhaupt, ich bin jetzt kein Konditor, die exakt die gleichen guten Eigenschaften hat wie Gelatine. Aber ich kann die Kritik daran durchaus verstehen und fände es auch schöner, wenn keine Gelatine drin ist. Ich bin jetzt aber kein Vegetarier. Von daher, aber für die Vegetarier wäre es schön, wenn das irgendwann mal überarbeitet wird. Ob das bald kommt, weiß ich nicht. Das ist hier vielleicht so der Kritikpunkt, den man am ehesten erwähnen kann. Ansonsten nichts zu meckern. Hat mir gut geschmeckt und ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben als Support. Ich bedanke mich dafür und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Adieu und ciao.